Die Bamberger verloren gestern erneut in der Basketball Euroleague gegen Zalgiris Kaunas kamen die Franken nämlich nicht über ein 73 zu 75 hinaus. Damit kann das Viertelfinale fast abgeschrieben werden. Es sind zwar noch vier Heimspiele in den verbleibenden fünf Partien, aber die Chancen unter die ersten vier der Tabelle zu kommen stehen mehr als schlecht. Und hier die Bilder zum Spiel. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018